So, ho ho ho, wir machen weiter mit Bulletstorm. So. Und der Schrank ist weg. Okay. Und wir durch. Und der kriegt auf die Tresse. Ja, das ist der Schrank. Lecker. Ich krieg auf die Tresse. Solides Kriegshandwerk. Okay. Ich weiß nicht genau was passiert ist. Aber es ist nicht weiter schlimm. Lecker. Ja, lecker. Einfach weiter. Und einen Knopf mit dem einfach mit unserer Faust draufhauen. Leck, 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 leck. Diese Bombe mache ich nicht. Oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke, oh kacke. Bombastisch, sagt der. Und wieder gehen Sachen in die Luft. Und probieren wir die Detonation aus. Die Detonation aus. Knallen ihn in der Luft. Da muss er ihre. Da, da, da. Stör. Von Hauptschießen. Seine Einsteile fliegen runter. Und ich laber, ja, laber. Da ist sie. Mist, was ist das? Ein Punkt für die Lady. Mann, wie gemein die. Hier rum geht es nämlich auch. Oh. Oh. Kann ich mal ranpacken. Nein. Halt. Das Richtung in diesen Kanzel wird geraten. Ich kann in diesen Kanzel. Das ist geraten. Oh mein Gott. Nein. Ich kann die Deckung da anders. Komm mal. Oh mein Gott. Ach, schuld, Idiot. Nichts. Nichts. Oh mein Gott. Oh, doch. Der kriegt einen Kopfschuld. Aber ich krieg jetzt nicht auf die Schnauze gerade weg. Ah, okay. Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Das war einfach dämlich. Was mache ich denn hier überhaupt für ne Scheiße? Es steht fett. Ich soll in Deckung gehen und ich tue es nicht. Boah. Ich bill nicht mehr. Ich kann es nicht mehr nicht mehr aufpacken. Schick ich, Schick ich vor. oh. Und viel nach dem Jäck weiter. Vielleicht so ein kaltes Spiel, wenn einer doch gefailt hat. Ich habe mich falsch gedreht. Ah ja, wir haben einen Kugelkick. Aber wir machen wohl nicht weiter. Nein, das wollen wir auch nicht. Das wollen wir nicht. Nachbrenner Kugelkick. Aber wir haben auch keinen Aufwand. Ich bin schon wieder tot. Ich bin einfach zu blöd gerade irgendwie. Okay, wir gehen das Ganze jetzt ganz locker an und nicht hektisch. Wir probieren es einen Tag weiter. Ja, ich bin... Ich wecke mich trotzdem irgendwie auf. Das muss nicht sein müssen. So, kommt schon was mit der Türke. Mist, was ist das? Ein Punkt für die Lady. Das können wir schon, das können wir schon. Das kann man kommen. Auch hier 500 Punkte. So. Ich steh ihm dran. Und wir sind weg. Hier haben wir einmal einen richtigen Komander raus. Den Kugelkopf da runter. Und der Gegend da auch. Oh, wo ist dein Kopf, wo ist dein Kopf, wo ist dein Kopf. Und ich schieße ihn in den Kopf, Freund. Die souffert, dass wir ganz schnell geschieht dann hier ab. Und... BÄM. BÄM habe ich gesagt. Oh, uncool, da und toll. Was muss man mit so ein... Wir schießen ihn ein... LADUNG. Aber jetzt, wir trinken, wir trinken, 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 er trinkt uns, er kriegt und wir sliden, 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 und zack. Wir packen um, gerade die Minigun, und machen einen, wow, wir ballen alle rum, ja, das ist schön, Punkt, das ist schön. Alles, alle. Bist du bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut. Ein flacher Spruch jagt den anderen. Das leiten wir nicht drunter durch, okay, denn wir sind im Ladebild. Der schlimmste Familienurlaub heißt der. So, dann geht's kreativ, klar, das ist das Tipp-Tool, und wir drücken der Tasse, es geht weiter. Willkommen zu Ihren schlimmsten Alpträumen und Ängsten, in dem Terror-Jörg. Wir sind in meinem Kino, glaube ich. So, okay, neu. Was ist das? Bauen das seine, vierläufige Frosflinten, finde ich gut. So, und wir machen hier weiter, wenn, ja, im nächsten Part. Tschüss. So, 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 die Pause ist vorbei, wir waren gerade dabei, uns mit unseren neuen Frosflinten bekannt zu machen. So, und weiter geht's. Oh, Mann. Ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Also, ich weiß nicht, wie's euch geht, aber ich find's zum Unruhigen. Sieht aus, uns würde einer fehlen. Was will der denn da schon wieder? Ich weiß, was wird das hier erfüllt. Ach, komm schon. Willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Mecathons rumzuwilten? Ich find's so unruhigend. Nicht gut. Kilowatt. Komm her! Ich mag die Pumpgun sogar sehr. Ich mag die Pumpgun, ich glaub, ich warte, ich bleibst noch sehr. Der denkt auch, der kann sich hier alles verlaufen. Das war ja gar nicht cool. Das war, das war steil, find ich. So, blinde Wut. Ich kenn's immer noch nicht, was blinde Wut macht. Ich sag nicht, wohin ich gerade gehen muss. Oben ohne? Okay. Alles klar. Freigeteilt und so. Okay, ich renne es auf. Was zur Hölle? Ah, ihr wollt mich wohl verarschen? Ja, das glaub ich aber auch. Lass mal, äh, lass mal... Ganz schnell, hier mal so runter. Wo ist ich? Ich ist nicht da. Doch, das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Doch, wieder mal ein genialer Schmuck. Komm her! Okay, das ist sehr unruhig, das ist sehr unruhig. Wir knetern die Leiter hoch und werden jetzt gar nicht von dem Riesenvieh überrascht. Okay, wir werden wirklich nicht von dem Riesenvieh überrascht. Sieht sicher aus! Und wieder hier rein. So. Nein, Aufladung nicht verfügbar. Mhm. Also, ich kann nur drei Waffen, na, ich aufstehe. Brauche ich nicht, ich glaube... Hm, wie machen wir das denn? Nein, das Ding finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann auch die Tats-Upgrade machen, wir packen uns Munition. Und, äh, ja, auch können wir die Tats-Upgrade-Munition und Ladung. Ladung-Upgrade. Weil, das ist immer noch geil. 9000 haben wir noch. Gucken wir mal kurz in die Skillshot-Datenbank. So, wir haben ja sicher neue Daten. Hm, Kilowatt. Okay, ja, die haben wir nicht. Für die Fische. Fleischklopfer. Na, können wir aber nicht. Okay, oben und oben springen die Gegner. Springen den Gegner die Beine weg. Das können wir mal...